Welche Symptome treten bei einem Eisenmangel auf? Erstens, man fühlt sich müde, also chronisch müde über einen längeren Zeitraum. Das liegt daran, dass ein Mangel an Sauerstoff vorliegt, denn das Eisen, das wir in unserem Körper haben, diese zwei bis fünf Gramm, liegt zu zwei Drittel gebunden als Hämoglobin vor. Und Hämoglobin ist für den Sauerstofftransport, Gastransport zuständig. Also wenig Eisen, wenig Hämoglobin, wenig Sauerstoff ist gleich ein Problem für uns. Zweitens, Schmerzen beim Schlucken oder ein Brennen auf der Zunge. Das ist dann schon ziemlich übel, weil sich dann die Zungenschleimhaut, die Mundschleimhaut noch die Darmschleimhaut zurückbildet. Und das ist dann schon ein sehr fortgeschrittenes Stadium eines Eisenmangels und auf jeden Fall ein Fall für den Arzt sowieso bei Eisenmangel. Drittens, brüchige Fingernägel oder Rillenbildung bei den Fingernägeln, aber auch Haarausfall oder Mundwinkelragaden, trockene Haut oder Juckreiz. Das können auch alles Symptome sein, die in Verbindung mit Eisenmangel stehen. Viertens, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, auch so eine leichte Erregbarkeit sind auch wieder Symptome. Oder bei Kleinkindern oder Kindern im Säuglingsalter, da so eine fehlende Entwicklung der Intelligenz. Das ist da auch ein Thema, gerade das Eisen. Schwangere, eh habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Unbedingt anschauen, wenn du jetzt schwanger sein solltest, weil da ist noch mal richtig viel zu beachten und unbedingt da noch mal reinschauen. Unten ist der Link zum Video. Na gut, was können jetzt die Ursachen sein? Gastrointestinale Blutung, also chronischer Blutverlust über Darmblutung oder andere chronische Blutungen führen dazu, dass sich der Stuhl leicht färbt oder bei Frauen die Menstruation. Also Blutungen sind allgemein sehr problematisch, weil so schnell kriegt man das nicht ausgeglichen. Zwei Milliliter Blut sind ein Milligramm Eisen und dafür muss man das 10 bis 20-fache an Eisen aufnehmen über die Nahrung, um das wieder auszugleichen. Also das ist nicht so einfach. Schwangere haben da ehrenerhöhten Bedarf, aber auch Ernährungsformen, die Tierprodukte komplett ausscheiden, gerade Fleisch oder Innereien. Da ist es so, dass das Heemeisen viel besser aufgenommen wird als das dreiwertige Eisen aus pflanzlichen Produkten oder Milchprodukten.